Herr von Wagner, was zur Hölle machen Sie da? Wir machen einen Sketch gegen diese verdammte Terrorhysterie. Ach so, ja, ist ja alles völlig übertrieben, diese Terrorangst, was? Aber nur so lange, bis es kracht. Oder würden Sie sich trauen, diesen Sketch auch im französischen Fernsehen zu spielen? Natürlich nicht. Ha! Und warum nicht? Ich kann kein Französisch. Das ist doch typisch für Sie, Herr von Wagner. Statt sich dem Terror zu stellen, machen Sie nur irgendwelche Witze über die Angst vor dem Terror. Ich will eben nicht, dass wir vor lauter Angst unsere Bürgerrechte voranüber kippen. Ja, da lege ich auch gesteigerten Wert drauf. Wenn ich schon von Terroristen gelünft werde, dann doch bitte mit all meinen Freiheitsrechten. Ach, Sie. Ihnen ist der Schutz von Daten doch wichtiger als der Schutz von Menschen. Wahrscheinlich sind Sie auch immer noch gegen die Vorratsdatenspeicherung. Hey, natürlich. Schau, Sie, Frankreich hat die ganze Zeit Daten auf Vorrat gespeichert und hat es die Anschläge verhindert? Ja, ist halt schwierig. Da sucht man ja die Nadel im Heuhofen. Ja, super. Und die Sicherheitsbehörden rufen mehr Heu! Gutes Argument. Ist nicht von Ihnen, oder? Nee, ist von Sascha Lobo. Wie sollen wir die Terroristen sonst enttarnen? Weißt du, dass ich mit klassischer Arbeit des Verfassungsschutzes zum Beispiel Zeitung lesen. Ja, natürlich. Die Attentäter von Paris werden wahrscheinlich vorher über Anschlagspläne in der Zeitung geredet haben, oder? Wahrscheinlich mit Bild, Klarname und Wohnort im Amtsblatt des IS. Ja. Bitte? Oh, der mutmaßliche Drahtzieher, der Pariser Anschläger, Abdelhamid Abahoud, ja, der hat im Februar diesen Jahres in diesem offiziellen IS-Magazin, das ist zugänglich im Internet, da können Sie öffentlich hingucken, ja, in diesem Magazin hat er gesprochen über Anschlagspläne, dann hat er sich gewundert, dass die Behörden ihn nicht fangen können, und dann hat er sich auch noch lustig gemacht über die Geheimdienste. Er hat sich über die Geheimdienste lustig gemacht? Diese Terroristen schrecken von nichts. Da verkündet jemand öffentlich, er will Anschläge begehen und die Geheimdienste kriegen nicht mit? Das sind Geheimdienste, die kümmern sich halt um geheime Informationen. Das ist jetzt auch, äh, jetzt ist es eh zu spät, nicht wahr? Jetzt müssen wir vernünftig sein und Krieg führen. Aber haben Sie nicht Angst, wenn wir in Krieg eingreifen, dass die Terrorgefahr strengt? Mon Dieu, Sie armseliges Croissant. Ist das, ist das Ihre Vorstellung von Bündnis-Solidarität? Hören Sie mal zu, Ihr Weihnachtsmarkt, der wird auch am Hindukusch verteidigt, oder in Raqqa? Ist ja nicht so, dass ich nicht auch gegen den IS kämpfe. Schauen Sie mal, das ist kein Glühweinstand, das ist ein Glühweinstatement. Wie bitte? Das ist doch die, was die Terroristen wollen, dass wir Angst haben, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Na, nicht mit mir, ich stehe hier und trinke für meine Werte. Na, Hauptsache, Sie fahren mit denen Werten nicht Auto. Die meisten Attentäter aus Paris, die stammten ja aus Frankreich oder Belgien. Warum bombardieren wir Syrien und nicht... Warte, warte mal, warte mal. Wenn wir jetzt jedes Mal da Bomben werfen, wo die Attentäter mutmaßlich herkommen, dann hätten wir ja nach dem 11. September Hamburg plattmachen müssen. Ja, und eigentlich müssten die irakischen und syrischen Luftstreitkräfte Europa bombardieren. Sie würden wirklich mal den Punsch ohne Alkohol probieren. Hey, wieso denn? Tausende von IS-Kämpfern kommen aus der EU. Rund 700 aus Deutschland. Zig Deutsche haben sich schon in Syrien und im Irak in die Luft gesprengt. Vor Zivilisten, Kindern, warum tut man da nichts dagegen? Na, die sind halt keine Gefahr für den deutschen Weihnachtsmacher. So, 10. Sie scheinen ja jetzt Terrorexperte geworden zu sein. Was sollen wir denn Ihrer Meinung nach gegen den IS tun? Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, die entsprechenden Streitkräfte verdoppeln und dann müssen wir entschlossen eingreifen. Endlich sehe ich einen Funk von Realismus bei Ihnen. Vielen Dank, wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass das Ganze militärisch lösbar ist. Was? Schauen Sie, wir haben in Afghanistan angefangen und jetzt kämpfen wir in 10 Ländern. Ich meine, wir müssen den Kampf um die Köpfe gewinnen. Den Kampf um die Köpfe gegen den IS? Hören Sie, wir müssen ausrüsten Armeen von Konfliktforschern. Wir müssen Heerscharen von Sozialarbeitern in die europäischen Vorstädte schicken. Und dann, Herr Utthoff, dann machen wir etwas ganz Unvorstellbares. Dann machen wir Politik und Bildungsarbeit. Politik? Politik? Das können wir uns gar nicht leisten. Wir brauchen jeden Cent für den Kampf gegen den Terror. 4 Billionen Dollar hat er die Amerikaner bisher gekostet, dieser Krieg gegen den Terror. Und, wisst ihr, was wir mit dem Geld alles hätten machen können? 100 Jahre lang alle Menschen auf diesem Planeten ernähren. Oder ein Jahr lang 100 Millionen Sozialarbeiter einstellen. Da sieht man mal wieder, dass Sie die Dinge nicht zu Ende denken. 100 Millionen Sozialarbeiter. So viel Tabak für Selbstwiderte können Sie ja gar nicht anbauen. Wissen Sie, warum sich junge Menschen diesem Dschihad-Terror anschließen? Schauen Sie, Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie, das klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber ist doch vermutlich so. Schauen Sie, dass junge Menschen, naja, die fühlen sich von der Gesellschaft ausgeschlossen, wollen sich ein Stück weit an ihr rächen. Die wollen aber gleichzeitig auch Halt. Die suchen Halt bloß in einer perversen Ideologie und da müssen wir angreifen, verstehen Sie? Perspektiven liefern statt Waffen. Sie Terrorversteher. Sie machen aus Tätern Opfer. Nein, 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 ISIS-Attentäter sind Täter. Das sind Mörder. Aber ich möchte eben verhindern, dass es mehr Täter werden. Ja, aber wie? Naja, indem wir dieselbe Energie, die wir in Kriegseinsätze stecken, in Prävention investieren. Mit dem vorhandenen Personal? Da bin ich aber gespannt. Nur eine Aufnahme dieser Begegnung der Kulturen. Das ist viel wichtiger gegen den Kampf gegen den IS. Verstehen Sie? Das ist viel mehr wert als so ein Bombenabwurf. Wir müssen dieses Bild in die Welt schicken. Per Twitter. Vielleicht mit einem Hashtag. Kopf hoch statt Kopf ab. Ja. Ja. Und dann nehmen wir dem IS auch seine Abkürzung weg. IS steht ab sofort nur noch für internationale Solidarität. Schauen Sie hier noch rum, Sie Punschkrapfen. Los, los. Das Krieg... Moment. Moment. Ich weise die Forderung auf einen militärischen Eingreifen der Bundeswehr hier entschieden zurück. Was reden Sie so geschwollen? Und wie kommen Sie dazu, in einer solchen Stunde die Bundesregierung zu kritisieren? Ich zitiere die Bundesregierung halt nur von September. So, äh... So ändern sich die Zeiten. Los, los. Gute Freunde, lasst mal nicht warten. Moment, Moment, Moment. Die Bundesregierung hat uns immer gewarnt vor einem Syrieneingriff. Es geht hier nicht um Syrien. Es geht um Frankreich. Wir brauchen doch zumindest für den Kriegseintritt irgendein UN-Mandat. Naja, bis Paris. Nicht wahr? Aber hier darf ich mal Frank-Walter Steinmeier zitieren. Wir sind doch hier nicht in einem Seminar. Das wäre wenigstens gut. Da würden wir wenigstens was lernen. Sagen Sie mal, Völkerrecht war uns doch bisher sehr, sehr wichtig. Ja, aber nicht, wenn man es eilig hat. Frankreich kämpft gegen eine Terrorbande und wir sind da zur Hilfe verpflichtet. So steht es übrigens auch in der Solidaritätsklausel zum EU-Vertrag. Ist ein Vertrag, kann man nichts machen. Haben Sie wahrscheinlich nicht gelesen, was? Habe ich sehr wohl gelesen. Und zwar genau, da steht drin, wenn ein Land, ein EU-Staat, einen Terrorangriff erleidet, dann können die anderen im Inneren beistehen. Verstehen Sie? Nicht Tornados nach Syrien schicken, sondern Polizisten und ein paar Soldaten in die Pariser Vorstädte. Ist nur ein Vertrag, muss man nicht so eng sehen. Hey! Moment! Militärisches Eingreifen wäre uns nur möglich, laut, sagen wir mal, Artikel 42 des EU-Vertrages. Dann nehmen wir halt den. Hauptsache, wir können losschlagen. Ja, Moment, das ist aber, das, laut UN-Chater wäre das nur möglich, wenn der Angriff von außen und von einem anderen Staat gewesen wäre. Also, wenn wir jetzt in Syrien eingreifen, dann erkennen wir im Prinzip den IS diplomatisch als Staat an. Noch zwei Jahre und die sitzen im FIFA-Vorstand. Krieg, Terror, Staat, Bande, FIFA, das ist doch Wortklauberei. Wenn wir jetzt nicht losschlagen, dann werden wir die IS nie zerstören. Aber bis wir in Syrien wirklich was erreicht haben, da haben die, weiß ich, ihr Hauptquartier längst nach, weiß ich, Libyen verlegt. Das Einzige, was wir dann zerstört haben, war das Völkerrecht. Ja, und? Hält sich eh keiner dran. Ja, man hat das Völkerrecht doch geschrieben, um Kriege zu verhindern. Und jetzt nach jedem Terrorangriff können wir uns einen Kriegsgrund basteln, oder was? Außerdem wussten doch, fast niemand wusste doch, dass wir irgendwelche militärischen Beistandsklauseln im EU-Vertrag haben, oder? Wenn bei Apple die neuen Geschäftsbedingungen kommen, dann klicken Sie doch auch immer einfach nur auf Akzeptieren. Ja, sofort, ohne zu legen. Achso. Äh, ist das wirklich wahr? Dann sind wir jetzt im Krieg? Ja, Krieg, Krieg, Kopf hoch, junger Mann. Krieg, wir haben Krieg. Und das zu Weihnachten, ich krieg Krieg. Also, ja, und welchen? Was? Wie? Details. Krieg halt. Ja, wie, ein Luftkrieg, oder? Ja, ja, Luftkrieg. Aber der hat doch bisher nichts gebracht. Das stimmt, der hat nichts gebracht. Was machen denn die anderen so? Luftkrieg. Da machen wir mit. Nein, ach, der IS soll doch nur durch Bodentruppen irgendwie schlagbar sein. Deutsche Bodentruppen, auf gar keinen Fall. Aber Sie wollten doch gerade helfen. Ja, aber ohne eigene Verluste. Also mit fremden Bodentruppen. Wenn es nicht anders geht, bin ich durchaus bereit, andere zu opfern. Ja, aber auch mit dem Bösen zusammenarbeiten, du würdest. Unterwegs deine Truppen sind junger Paderwan-Schüler. Nein, 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 komm Sie, nein, nicht mit dem Asser. Kommen Sie, der ist doch selbst das Böse. Endlich ruft er mich. Nur gemeinsam können wir diesen Terror beenden. Ich habe die Bodentruppen, die ihr braucht. Was? Sie? Sie werfen Bomben auf ihr eigenes Volk? Ja, aber ich habe noch nie Paris angegriffen. Ich kann doch nicht mit jedem zusammenarbeiten, der nicht Paris angegriffen hat. Nicht auch noch mit dem Erdogan. Warum? Ich habe auch noch nie Paris angegriffen. Aber Sie haben Journalisten eingesperrt, Menschenrechte verletzt, verstehen Sie? Und Sie bomben die Kurden. Die einzigen, die am Boden gegen den IS kämpfen. Ich habe zweieinhalb Millionen Flüchtlinge. Ich sag's nur. Also gut, herzlich willkommen in der Koalition. Auf keinen Fall mit Putin. Was ist das? Dachte ich, wenigstens in der Anstalt bin ich willkommen. Bin ich doch der Einzige, der das Böse effektiv aus der Luft bekämpft. Ach, das ist ja oft effektiv. Sie töten doch hauptsächlich Zivilisten und andere Rebellen. Ich bin Darth Schrader. Was erwarten Sie? Ach, das ist doch... Was, was, was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn jetzt? Der hat meinen Flieger kaputt gemacht! Der hat meinen Flieger kaputt gemacht! Das ist doch nicht so was. Scheiß, Alavid! Scheiß, Alavid! Ruhe her! Aufhören! Du bist nicht unser Vater! Ihr seid eine Schande für das Böse! Und mit der Gurkentruppe soll ich losziehen, oder wie? Ein großer Krieger, du sein wolltest. Also gut. Erdogan, jetzt mal schön zuhören. Du machst als erster Mal die Grenze dicht. Verstehst du? Keine Kämpfer mehr nach Syrien lassen, keine Waffen und vor allem kein Öl mehr kaufen. Ist das denn so schwer? Was sagst du so blöd, Putin? Was sagst du so blöd, Assad? Du musst gerade reden, du hast doch jahrelang den IS großgezogen, weil du dir gedacht hast, wenn es das Böse schlechthin gibt, dann siehst du nicht ganz so scheiße aus. Klappe, Putin! Deine Luftschläge sind auch nicht besser als die der anderen, nicht wahr? Immer schön dem Assad nachquatschen. Jeder, der gegen mich ist, ist ein Terrorist. In Syrien hat dir das gepasst. Aber in der Ostukraine, nicht wahr? Da hast du die Sache mit deinen eigenen Rebellen schon ein bisschen differenzierter gesehen, oder? Und sowas soll ich der Heimatfront verkaufen. So spät es jetzt ist. Losschlagen du musst, junger Padawansch. Kommen Sie, aber die Leute müssen auch wenigstens das Gefühl haben, dass wir hier für das Gute kämpfen. Oder wie Sie sagen würden, für das Gute vorzutäuschen kämpfen ich muss. Wer hat mich gerufen? Das westliche Bündnis, das hat mir gerade noch gefehlt. Bisher habt ihr finstere Krieger, aber ich kann euch die Werte geben, die ihr für euren Kampf braucht. Ach, paar Werte! Ihre Luftschläge im IS-Gebiet haben schon hunderte Zivilisten getötet. Die können schon mal keine Terroristen mehr werden. Zusammen ihr unschlagbar sein werdet. Oh, was war das? Für die Grimm? Hättet ihr was? Was soll denn das? Ruhe jetzt! Stopp! Reißt euch mal zusammen! Aufstellen! Formation! Nicht zu fassen! So, herhören! Ab jetzt gilt, alles hört auf mein Kommando! Dem Kampf gegen den IS müssen wir alle unsere Kräfte bündeln. Wir müssen gemeinsam den Gegner in die Augen sehen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Männer, mir los! Ich habe Sendung für mich alleine! Ich frage mich ja immer, ich frage mich immer, wann diese Männer so geworden sind. Hä? Ich meine, waren die schon immer so? Oder, äh... Waren die schon als Sperrmann-Arschloch? Oder, oder haben die einfach nur die falschen Weihnachtsgeschenke gekriegt, ja? Es ist ein, äh, ein gefährliches Fest, was da auf uns zukommt. Und ein sehr, äh, gewichtiges, ähm, das meine ich jetzt durchaus doppeldeutig. Jeder zweite Deutsche wird über die Festtage ein bis drei Kilo zunehmen. Also, um das hier mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Sie werden zunehmen, ich natürlich nicht. Ne, dann wieder Sie, Sie nicht und Sie wahrscheinlich drei. So. Und jetzt rechnen Sie das mal hoch. Das sind 80 Millionen Kilo, die Deutschland in nur einer Woche schwerer wird. 80 Millionen Kilo. Das ist ungefähr so viel, wie alle Flüchtlinge, die bislang zu uns gekommen sind, zusammen wiegen. Nur weil Sie sich nicht beherrschen können. Ich meine, das, das macht doch auch Blähungen. Ja, das, das drückt doch auf die Landmassen. Na, im Grunde ist es ja großartig, dass Sie so gedankenlos dem Wachstum frönen. Ja, irgendwo muss das ganze Zeug ja hin. Alleine in Deutschland werden jedes Jahr vier Milliarden Kilogramm Süßigkeiten produziert. Das schafft ja selbst Sigmar Gabriel nicht. Kein Wunder also, dass uns täglich eingeredet wird, dass wir viel konsumieren müssen.